Hallöchen Leute, willkommen zur sechsten Episode von Super Mario Maker mit einer reizvollen, sehr aggressiven, entzündbaren Ninja Kiwi. Ja, heute schon wieder wird die Batch entführt von den kleinen Goombas. Hilfe, Hilfe! Bekommt sie wirklich Hilfe von uns? Wenn sie sie will und nicht wieder abzieht? Ja, hin und her auf Förderbändern. Dann, da bin ich ja mal gespannt, was mich hier erwartet. Äh, Förderbänder. Uah! Ja, klar. Ja, schnell, schnell. Opsa! Klar, warum auch nicht? Jippie! So, gut, gut, gut. Hol dir noch Münzen. Uah! Nee, scheiß auf die Münzen. Du bist kein wahrer Mario Player, wenn du nicht jede verschissene Münze einsammelst. Ja, klar, sonst wäre es ja beinahe ins Auge gegangen, Mensch. Das war ja ganz knapp die Geschichte gerade. Und ich habe nicht eine Minute gebraucht, um ein Fail zu machen. Das ist ein Rekord. Stachy, Stapel. Jo, klar doch. Warum auch nicht? Oh, komm. Jau! Okay, eine Minute und zehn. So. Sehr, sehr schön. Ja! Ja! Wie unnötig! Das war wieder Davy-Like hoch zehn. Komm. Ding-Dong, ding-Dong, ding-Dong. Ja, mach doch auch mal die Tür auf. Oh! 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 Oh, Mann. Jetzt ist es ganz schnell nicht mehr lustig, doch! Tja, die kriegt sich nicht mehr. Gut. Level 3 1 Luftgalerie Remix lässt grüßen. Und ich hasse Scrolling-Level. So. Ja, klar. Warum auch nicht, dass jetzt hier noch Kugel-Willis sind. Ach, da kommen noch Münze raus. Ja, und du bist weg. Jau! Das war jetzt gar nicht mal so lustig. Nee, das war auch fies. Nein, das war einfach nur unlustig. Au! So, gut. Pure Konzentration. Sehr schön. Gib mir Münzen und was. Komm. Aha, jetzt wollen wir sie, ne? Ja, ja. Wenn wir nur noch sieben Leben haben, ne? Dann wollen wir Münzen, ja? Ja, schon klar. Warum auch nicht. So, gut. Jetzt. Klar, warum auch nicht. Ja, mich gewonnen so Zeron. Jo! Alter. Das ist schon unfair gerade. Ei, nee. Wenn er dort rauskommt, dann kommt er da logischerweise auch raus. Uh! Wunder. Ja, klar doch. Ach, wie süß. Ach, wie goldisch. Puff. Komm, schnell, schnell. Pass auf. Nicht, dass da am Ende noch was, ne? Ja, gut. Ei, 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 ei. Meine Güte, meine Nerven. Unfassbar. Was erwartet mich in der Level 4? Knochen-Trockner-Aufmarsch. Knochen-Trockner-Aufmarsch. Ding-Dilü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü. Nein! Ja. Der ist aber auch fies, musst du zugeben. Ja, total. So, komm. Ding-Dilü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü. Sehr schön. Wunderbar. So muss das laufen. Ohne Probleme. So. Hast du ein Bäuerchen gemacht? Nein. Beinhaus. Beinhaus. Ja. Klar. Süß. Ja. Lol. Wieso auch nicht? Du musst runter. Ja. Du musst runter. Weiter runter. Oh. Ein Frageschein. Ein Pills. Jupp. Noch eins. Was ist da drin? Weiß ich nicht. Gucken. Klar, nichts besseres zu tun. Ich will jetzt... Vielleicht ist da eine Feder. Oder ein Stern. Der Deinen Namen trägt. Also Nintendo hat wissen müssen, dass du diese Levels spielst, weil es dir voll die Pussy Levels gegeben hat. Ja klar. Warum geht's jetzt nicht? Scheiß Touchscreen. Touchgrün. Touchgrün. Ja, verdammtes Touchgrün. Wie immer deine Oma sagt. Aber hallo. Achterbahn. Alles klar. Okay. Hättest du alle aktivieren müssen? Yo. Werden wir sehen. Yo. Katsching. Wow. Wow, das ist fies, ey. Ach was. Yay. Hü-Hot. Ach, das war aber ein bisschen TGD sehr. Ich sag doch Pussy Level. Ja klar. Ich hätte dich mal gern gesehen. Ich wäre schon längst fertig. Ja klar. Die große Ninja. Ach, drei Remix haben wir Brüder. Oh mein Gott. Ich hasse aber Brüder. So. Würde ich nicht machen. Ah doch. Ja klar. So, gut. Okay, das ist... Easy. Oh. 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 Oh, boh, 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 boh. So. Komm runter. Komm runter. Komm runter, du Heini. Komm jetzt runter. So, dann gehst du so sterben. So, gut. So, Jump Lead rüber. Ja klar doch. Warum auch nicht. Das Level hieß ja extra Hammer, Brüder. So. Hast du nicht zugehört? Oh, klar. Ach, schade. Oh. Noch ein Leben. Ja. Yes. So. Dann gehen wir schon aufs letzte Level zu. Level Nummer 8. Was erwartet mich? Was erwartet mich? Kreissägen hat's. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt schon, was kommt. Ja, das habe ich mir schon fast so vorgestellt, dass das ist. Ja, klar. Warum auch nicht? Wieso auch nicht? Ja, ich weiß, dass das angegangen wäre. Okay, ich muss nichts sagen. Ja, du musst nichts sagen. Gut. So. So, gut. Jetzt hättest du noch... Ja, ja, ja. Die Logik. Weißt du, jetzt musst du da stehen und in die Kreissägen kommen. Und jetzt musst du hier wieder stehen. Weißt du, also... Das ist alles knapp. Das ist alles knapp bemessen. Glaubst du mir. Das ist total... Das ist total... Ja. Stell dir vor, Runa geht's schnell. So, komm. Sowas nennt man Schwerkraft. Ohne Witz. Wart doch noch länger. Komm, 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 komm. Grüner wird's nen... Oh, oh. Oh, 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 oh. So, gut. Oha. Ich hätt' mir gedacht, wenn da einer Kreissäger drinnen gewesen wär. Haha. Ja, ja, der gibt dir mit deinem Puller... Feuerbällen da. Ja, ja. Was hast du davon? So, jetzt auch. Den großen Bowser. Ja, ja. Und Scheiß. So, aber jetzt. Drehen. Nein! Oh! Oh! Dass du mir das Lachen jetzt wieder nicht gegönnt hast. Vergiss es! Vergiss es! Das war so scharf knapp. Halt die Kurs mit Mario No. 1, ey. Ja, weiter. Und da. Oh. Mario. Prinzessin Beach wurde in eine andere Festung gebracht. Drecksack. Ah, nee. Ist klar. Was soll der Hund auf der Rakete? Verstehe ich auch nicht. Gut, das war's mit dieser Episode von den 10 Mario Herausforderungen. Und wir bedanken uns vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer schöner Davy und die bezaubernden, atemberaubende... Ja, ja, Gewi. Tschüssi. Kowski.